und durch oder was sie ist aus können wir nicht unten durch das ist der malianen kram ist gerecht fisch abs vielleicht sollten wir doch versuchen zu glauben das Schiff müsste ein bisschen Licht haben es ist auch klar dass wir das hier nicht mit mit Energie bauen hätten hatten können ich würde mal den Tauchgang empfehlen da taucht mal schön oha ein rochen oder was ist das das klingt auf jeden fall richtig die Musik ist und die rochen die wir jetzt hier sehen sagten wir wie sollen die runter die Firmen schwirr schon mal ein bisschen haben wir noch Energie hier ja hier noch auch schon fast alles verbraucht Cap Niveau wir sinken und dann kann man eine Lampe anbohlen okay ich muss vielleicht gleich wieder aufsteigen aha gut geraten wir denn hier jetzt rein das sind aber hier ungeahnte Tiefen okay ein bisschen genug aber nicht zu sehr das ist mal kurz dieses Geräusch genießen wow wow das haben wir verschwendet jetzt stürmt wir bauen das Zeug hier und runter mit dir das ist das zweite nehmen wir noch mit ähm ich weiß nicht wohin das Schiff fährt ohne mich es stoppt auf jeden fall das ist immer die Kunst der Stunde steuerung unter Wasser ist auch so eine Sache mach ich es in der Tür oder was warum stoppst du sollen da nur recht sein soll mir nur recht sein Ja Ich sehe da keine Tür oder so Ich sehe da keine Tür Das ist der Wind, das ist gleich wieder hoch Okay Okay Okay, müssen wir es auch schon anecken hier. Im Prinzip können wir das jetzt löschen. Wir müssen steigen. Wir müssen... Steigen. Steigen. Nicht sinken. Oder doch? Wir lassen ihn nicht besser. Ist das nicht besser? Wir müssen unsere respuesta. Nein..neineinein so So, in der 2. Energie. Ich lasse ihn mal lieber ran. Und vorwärts schätze ich. Ob hier wieder was rumliegt. Ich lasse ihn mal wieder. Das wollte ich eigentlich nicht, aber von mir aus. Okay, können wir da hoch oder nicht? Wir müssen auftauchen. Wenn ich das sehe. Auff, tauchen. Wir tun nur auf, auf. Wie weit auftauchen, ist die Frage? Ich habe das Gefühl, wir sollten mal wieder abtauchen. Weil es hier eventuell etwas zu sehen gibt. So, bleib. Okay, hier kann ich nichts. Ich würde mal passend drüber parten. Und dann brauchen wir auch, wenn wir rein können. Ich schaue mich mal ein bisschen um hier. Aha, heilige Statuen hier. Hier geht es scheinbar nicht mehr weiter. Okay, wir müssen auftauchen, das ist nach oben. Oh, die Maschine rostet. Die Maschine war eh schon rostet, aber... Nein. Oder doch. Aha. Jetzt kann ich hier rein. Musik ist laut. Okay, was machen wir hier? Was passiert? Was passiert? Das verstehe ich nicht ganz. What happens here? Da können wir nichts machen. Dann wird es versucht, aufzutauchen. Und dann wird es versucht, aufzutauchen. Hm, es scheint nicht wirklich eine Rolle zu spielen. Okay. Nach oben wäre es sowieso nicht gegangen. Was gibt es hier jetzt zu sehen? Oh, das ist ja nicht. Ein gutes Licht. Hm, hm. Ich weiß nicht, ob das klappen wird, aber ich verblendere hier. Nein. Okay, es funktioniert so nicht. Sagt mir vielleicht. Was haben Sie da noch? Ja. 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 Was ist denn da, die von jetzt? Untertitelung des ZDF, 2020 Ok, das bringt uns gerade erstaunlich wenig. Tja. Ich schau mal meine Komplettlösung an, ich bin gerade wirklich, ich habe keinen Plan. Tja, was machen wir nun? Komplettlösung. Tja. Vielen Dank. Ach, ich dumm Kopf. Nicht Match-Burner. Dass mich da eine Komplettdosen erst drauf bringen muss. Wir waren doch schon... Wir waren schon dabei. Ich hoffe, der Energie reicht jetzt dafür noch aus. Nein. 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 Nicht aufhören. Ich verkack's. Ich strahle zurück. Power. Sampisch. Wir haben sonst keine Energie mehr, soweit ich sehe. Wir müssen das verheißen jetzt hier. Was verbocht. Komm, bitte. Nein, 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 nein. Der ist verbaucht. Laterne hätte ich noch ein Angebot. Und jetzt... Aber jetzt strahlt ich mir jetzt hier schon. Und jetzt ein Checkpoint. Und nochmal von vorne. Ja. 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 Und das hat uns nicht in so die Säule. Und vielleicht tut's das nicht. Hä? Hä? Ich hab gesagt, das gemacht, was in der Hand jetzt haben wir können, was wir nicht mehr machen. Aber ich hab gesagt, das gemacht, was in der Komplettlösung gezeigt wurde. Bin ich komplett steppert? Jetzt können wir einen Spielstand laden und das nochmal. Und jetzt einen Savepoint normal machen. Wir haben keinen Laden mehr dafür. Was, 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 was. Wait, 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 wait. Natürlich. da muss ich erst mal eine komplette so drauf bringen schon mal jemand lang nicht an kommen wir hier mal runter das ist ein bisschen was zum anfangen jetzt das hier und werden jetzt nur das klet das sind wir das mal das hier stecken das woanders hin jetzt haben wir falsch gemacht das sieht doch so aus als gehöre es dort hinein kann man es hier mal abstellen da sucht das da noch hin das machen wir gleich das störung ist auch noch nicht ganz so alternativ das muss erst noch mal lernen jetzt mit dem spiel hier was ist heute nach links nach rechts spielsturm wird 10 von 10 wenn wir das mal hier rüber das ganze ding steckt das hat immer falsch und drin ja mein gott ich hoffe das wird uns hier nicht zu das wird uns nicht übergenommen so jetzt mal hier hin haben wir das mal richtig ja wollte gerade sagen das ganze gelten lassen okay okay und 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 das spiel ist so freundlich und energie wenn ich mal mitnehmen nächstes das müssen wir machen wenn sie mit nach oben nehmen es dürfte reichen für das vorhaben was wir haben hatte wenn ich wirklich nicht drauf gekommen dass wir hier mal aus der maschine aus sondern hier rechts mal lang müssen die lampen da aufleuchten ich glaube wirklich leuchtet als man da lang ist es ist ja da selbst drauf zu kommen ohne komplett lösung schwierig das ist eine sache naja so jetzt haben wir hier um das schiff herum jetzt werdet ihr gleich sehen was ich schon mal hier machen wollte so fällig das jetzt nicht schon wieder löschung das feuer nicht ich Idiot ich Idiot Spielsteuerung und so heute ist heute anders schön damit es drei in der jede ahnung dürften wir es doch wenn wir uns nicht zu scheiße anstellen irgendwie schaffen mit und kann zuerst die kalt machen nie nene 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 Davor, dass wir anfrenzen hier. Jawoll. Untertitelung des ZDF für funk, 2017